Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe mir gestern Schoolboy Q reingezogen. Das war extrem nice. Und was habe ich noch gesehen? SSIO. War unfassbar voll. Ja, bin dementsprechend ein bisschen durch den Wind, aber alles gut soweit. Also vor dem Splash habe ich die Toy Keys Remixed EP rausgehauen. Die gab es zum Free Download oder gibt es immer noch zum Free Download auf meiner Internetseite. Und ansonsten habe ich ein paar Features gemacht. Jetzt erst eins mit Döll zusammen auf dem Dexter Album Palm & Freunde sind wir zusammen drauf. Der Track heißt Roll auf. Solltet ihr auschecken, gibt es ein Video dazu. Und dann habe ich noch einen Track mit Brenk gemacht zusammen. Der heißt Gegen den Teufel. Ist jetzt auch erst rausgekommen so dran ein Album zu machen. Und wir müssen mal schauen, wie wir das dieses Jahr unterbringen. Aber ich bin fleißig am Arbeiten und da kommt auf jeden Fall noch was. Ein Fläch! Musik Musik